Sieht so aus, als ob sich tatsächlich was bewegt hat hinsichtlich Pegel. Wieso Bosse ist nicht da, wo der Rüstungshalter ist? Man kann gewisse Gebäude nicht abreißen. Ich weiß auch nicht, ob man das einfach so bewegen kann. Ah ja, ich habe doch jetzt alle Waffen. So. Dann gehen wir mal ein Stück weit weg. Und spielen Sniper. Oh, man kann den Atom anhalten. Komm raus da! Verdammt! So. Mal gucken wir mal. Hunde. Oh. Hä? Halte doch den Atom an. Hat irgendwas getroffen. Ups. Hat irgendwas getroffen. Ups. Nachladen. Wichtig. Looten und leveln. Wieso hat er jetzt plötzlich eine Waffe? Nein, 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 nein. Fuck! Ich hätte zwischenspeichern sollen. Egal. Habe ich ja mehr oder weniger. Ernsthaft? Das Lied kommt schon wieder. Ich weiß nicht, ob es viermal in der Playlist drin ist, aber kommt schon. Es kann doch nicht so schnell hintereinander kommen. Ich bin nicht so schnell. Ich bin ja nicht so schnell. In der Nähe bin. Aber ich weiß nicht. Das ist der Martine. aber das ist doch kein gar kein gegner die hat mich recht gesehen oh fuck nachladen oh shit Der Hund macht mir mehr Schaden als der Typ. Der Hund macht mir mehr Schaden als der Typ. Der Hund macht mir mehr Schaden als der Typ. Der Hund macht mir mehr Schaden als der Typ. Der Hund macht mir mehr Schaden als der Typ. Der Hund macht mir mehr Schaden als der Typ. Der Hund macht mir mehr Schaden als der Typ. Der Hund macht mir mehr Schaden als der Typ. Der Hund macht mir 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 Schaden als der Typ. Hund, wie bist du? Ich habe es gefunden. Ich wollte gerade fragen, wie du hier reingekommen bist. Molotow Cocktail. Okay. Ich glaube, damit habe ich es tatsächlich geschafft, das hier auszuräuchern. Scheinwerfersteuerung. Aus. Turmsteuerung. Deaktivieren. So. Dann plündern wir jetzt hier großzügig erst mal. Staatliches Vorratslager. Oh, extra. Okay. Dann gucke ich mich hier wirklich erst mal um. Und dann gehe ich erst rein. Einfach nur, um sicher zu sein, dass ich... ...alles habe. Ah. So. Noah. Das war einfach. Okay. Das ist ziemlich genau dasselbe... ...wie hier drinnen. ...wieso gibt es Munition in einem Kühler? Seit wann muss Munition gekühlt werden? Wir sehen schon, komm. Ich mache ein Video, staatliches Vorratslager. Und dann kommt mein erster Kommentar. Ja, wenn ihr Schwierigkeiten habt, hier reinzukommen, versucht es nicht weiter. Es lohnt sich nicht. Bis jetzt war es wirklich eher mager. Ach ja. Ich habe ja diese eine Rüstung da. Ah, hier. Bonk. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ins Gebäude. Und gucken, was wir da drin finden können. Es ist alles vorbei. Es ist alles vorbei. Was ist das? los hund easy so weit wo ist das radio ich hasse radios terminales abgegelten lagerbereichs meister verdammt warte ganz kurz hecken experten meister bei mecken wird das terminal nie gespürt wenn der versuch missling oh man ich muss 21 sein damit ich das meister terminal hacken können das nächste braucht level 17 inselbegabung du bist nicht dumm nur anders du erhältst zufällig dreifache erfahrungspunkte für erfolgreiche abgeschlossene aktion je niedriger deine intelligenz desto höher die chance ja dann wird das wahrscheinlich nie passieren weißt jetzt such so für dich bonus xp für eine kannst du für kurze zeit für alle gedulden für eine fünffache ep bekommen wenn du mir so ich dir fernkampf angriffe der gegner werden manchmal zurück geworfen sodass der gegner sofort getötet wird was die chance dass schüsse ist jetzt höher wird ein gegner durch ein zugeworfen besteht die chance dass sich dein balken für kritische angriffe füllt alter lösen im fad bestimmen dass deine accesspunkte vollständig wieder gestellt werden ähm äh äh ähm äh äh cool ich kann standardmäßig mods benutzen bewertest du waffen oder erhältst du seltener kommen wir schrauben aluminium und kopf ok ich denke mal da nehme ich hier dass ich eine dimension kriege oder sowas weil ich habe zu viel intelligenz als dass ich das mit der drei bis fünffachen erfahrungspunkte nutzen kann ich muss aber ein paar fondspunkte sammeln äh beziehungsweise auf wahrnehmung gehen damit ich schlösser knacken lerne ja ja höll sich dann als ob ich munition verloren habe aber ich glaube das sind einfach nur die übergeste siehst du mich nicht mehr mein charakter ist so ein schiller ich sollte mich übrigens heilen ich nehme mein blutpaket ich habe irgendetwas getroffen plane schalalalala mein kopf ist verkündet kennt man doch so wenn der kopf verkrüppelt ist komm doch mit siehst du geht doch wieder muss nicht so tun als ob du hier stark verletzt bist oder sowas verdammt das wäre es was was ich frage mich immer noch wofür die kronkorken sind ich habe bis jetzt immer noch keinen händler entdeckt aber wahrscheinlich musste ich dafür zu diamond city da finde ich dann was was das ist oh man wieso kann ich nicht jetzt schon terminals auf meisterstufe hacken das wäre so schön ich glaube ich skille jetzt ein bisschen auf wahrnehmung damit ich schlösser knacken besser beherrsche also da drin sieht es aus als ob es durchaus etwas sinnvolles gibt aber irgendwie in einem recht limitierten rahmen was auch nicht es könnte sich lohnen weil er hier war ich gerade oder voranstürmen ok da werden gleich mieten ein bisschen weiter drin sein ich habe bis jetzt immer noch nicht gesehen wie minen aussehen ich erwarte eigentlich dass die immer noch so wie in drei und nuvegas sind klein rund und haben roten punkt also bis jetzt war es immer so dass die minen dort wo sie gerade eben waren nicht mehr da waren hinterher ach so das ist ein skelett wird schlöpfen ernsthaft wo sind die gegner wenn die sich schon so beschweren stockwerk tiefer mehr oder ich bin ein bisschen überfordert aber scheint so als hätte ich hier alles ich weiß nicht aber es gab doch schon auch bei follow 3 und nuvegas die möglichkeit recht früh schlösser knacken und sprache und sowas recht hoch zu bringen kurz überlegen ja theoretisch hätte ich schon auf level 5 oder 6 das höchste level haben können für hacken oder schlösser knacken oder sowas halt ein attribut auf 100 aber hier funktioniert das ja ein bisschen anders ich dachte ich hätte die beleuchtung ausgemacht ich habe jetzt gemacht ja 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 ja